Simon Ammann, ein toller Wettkampf heute, fünfter Platz und ein Ausrufezeichen schon für die nächsten Springen sicherlich auch. Ja, wir haben jetzt wirklich vieles probiert, dass es wieder besser geht. Es war in Falun eigentlich schon ganz gut, aber es war einfach eine andere Luft in Lachti und dann hat es mir immer den Giso hergestellt und dann bin ich nicht vom Fleck gekommen. Wir haben jetzt ziemlich viel probiert, dass es wieder passend zu machen und heute war es doch cool, dass es jetzt so gut ging. Ja, macht schon wieder mehr Freude. Jetzt geht es nach Trondheim, nach Oslo und dann kommt die Skiflug-WM und da ist so eine Formel ganz sicher auch nicht so schlecht. Ja, ich habe eigentlich die Nordland-Tournee immer gern gehabt und wenn es jetzt, wo das Setup mal ein bisschen besser passt, reist man auch entspannter von einem Ort zum anderen und die Nordland-Tournee war bei mir oft so, dass es vielleicht ein bisschen schwierig begann, aber dann ging es auch immer aufwärts. Trondheim mag ich, Oslo mag ich noch mehr und dann ist es gerade gut, kurze Pause und dann Skifliegen, also dann hoffe ich, dass ich dann noch zwei Plätze weiter vorne bin, aber es wäre gut möglich, da etwas zu erreichen, ja. Wir drücken die Daumen, Simon, vielen Dank und alles Gute für Trondheim und Oslo. Dankeschön. Danke. Ich danke. Vielen Dank.